ja das biste ich meine jetzt nicht einfach so bescheuert sondern einfach bescheuert ja sag ich ja ich hebe jetzt ab noch mal ein schitzleer extra auf den mond wo soll ich noch mal hinkommen mars gut da ist der mars launch ich komm hier brauchen wir nicht mal abbremsen was gefetzt also ich habe jetzt schon ein stack eisen boing 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 ich feier diese kugel einfach so wo bist du? an der oberfläche ja gut gute beschreibung ein zeig an der oberfläche sein scheiße hier ist ein blät äh es ist doch gerade nacht auf dem planet ne ja wuf es sind überall mobs ich kann mich ohne wirklich krass bewegen durch den stern im inventar welche koordinaten bist du dass ich mich da nach unten bauen kann ne ich bin da mal obwohl mit langsamkeit macht es nicht so gut ne ne ich habe durch den stern langsamkeit ne warte ich gehe erstmal draußen zur höhle ach du scheiße hier sind vor mir gerade mobs gespawnt ähm hast du dich irgendwo in der nähe von deiner kugel nach unten gegraben ja ok scheiße wir spawnen halt mobs ohne ende gerade ich fühl mich hier gerade nicht ganz sicher wenn ich mich nicht irre dann solltest du einfach da hinten und zwischen uns sind ganz viele skelette und creeper ja gut ich bring dir gleich ein paar kameraden mit oh weißt du aber was wir vergessen haben was denn was brauchen wir zum atmen das fackeln runter hier runter hier bau zu so jetzt bin ich gespannt es ist alles drin da kannst du dir deine sachen rausnehmen ich muss sie nach und nah raum ziehen ja mach das ähm leerer lufttank das gut dann ist na gut das liegt halt wirklich am Dings hier ich dachte hier den parallel count habe ich auch mit reingemacht brauche ich nicht äh das 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 äh hier kriegst du auch eine von den kisten ja so so die lern mache ich hier auch erst mal rein aber toll dass das klappt mit den kisten ist ja mal geil ja guck mal ich habe eine wunderschöne hölle gefunden ja warte ich gucke gleich achso So a a a a a a a a a ha 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 ha. Nur mal drei Stück. Das weiß ich. Nur mal drei Stück. Achso ja. Ah gut ich bau die jetzt ab und du hast jetzt deine eigene im Inventar. Jo. Aber das ist fast das das klappt. A a guck mal. da kommst du bis zum bedrock runter oder hast du so eine grüne mit külianen gefunden so ja so eine habe ich auch schon gefunden in letzter woche in der folge warum funktionieren hier eigentlich fackeln keine ahnung gute frage weil ich so ein toolkit habe ja und hier kannst du offensichtlich richtig gut dash fahren ach komm geh doch geh mal in das grüne wasser rein warum ist das giftig ne ne also du stirbst auf jeden fall nicht was ist das frag mich nicht was das ist das vize greift dich aber an oder was ist das junger was will das du weißt doch du darfst mir nicht vertrauen wenn ich irgendwas sage machen wir das und das ich möchte gerne wissen was das was das ist keine ahnung irgendwelche wir brauchen einmal jetzt noch mal zurück zum rund aber das ist gut zum trocken hast recht unter den bedingungen macht es man aber die liane kannst du mit nah links abbauen mit der schere das bringen wir keine ahnung einmal mit profis arbeiten ist das letzte mal auf dem mars war das ist jahrzehnte her das letzte mal war ich in sky of the mond aber mich nerven die fischer auch langsam ich gehe einfach ja in die nächste höhle hier sind ja zwei nebeneinander das ist die höhle wo ich vorher schon war oder hast du die köpfe gesetzt dann war das die höhle wo ich schon war das gute ist meine 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 mein polytool dort halt einfach alles perfekt gleich alle erze davon was dann ist das sind wir verstehen dass das ist genau wer so dass du hast du was dabei jetzt sagt mir du hast kein sauerstoff dabei nein 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 ich habe 5 heavy oxygens voll und vier light oxygens voll ich glaube ich habe neun ja gut ein bisschen mehr als ich ja die jahren machen schaden rennstuhl das zeug hatte ich ja bei sascha sein projekt auch mitgebracht und die overworld das grüne schleim gedöns habe ich jetzt gerade eisenherz weggeworfen ja hier liegt was da hinten liegt auch was hier bei mir verstehe es nicht und hier hinten auch noch mal lass mich verarschen ja warum du hast doch ist das kein eisen na doch du hast es aber gerade schon wieder weggeschmissen hinten in die richtung du hast auf jeden fall gerade wo du die 23 blöcke eingesammelt hast und dann den einzelnen block hast du die wieder weggeschmissen gehabt ich habe eine störung ja nicht nur du die haben wir irgendwie alle hier auf dem planeten ja nicht nur auf diesem planet mir gefallen diese ekelwürmer nicht mehr alter scheiß zombie willst mich verarschen also wenn taok stirbt weiß ich bescheid es nervt hier liegt auch ein erzblock rum ohne scheiß ohne scheiß komm her ich habe den eingesammelt du hast ihn eingesammelt perfekt naja wisst du was ganz provokant setze ich den jetzt hier einfach offensichtlich irgendwo hin aber erst mal essen gekriegt so ich setze den jetzt hierher und machen eine fackel drauf so da ist der block genau hinter dir was hat denn der hier verloren Patronenkugeln was was da da du Patrone ja du bist auch so eine Patrone oh Gott was kann man damit machen oder gehen wir mal hier also Tyrox ich habe ein Herz entdeckt ein Herz perfekt komm mal zu mir was hier hinter dir ah ich bin vergriftet oh scheiße wo wo denn ah da äh scheiße wo war hier spring mal hier hoch und guck dir den Schatten an der Mars liegt nicht ich möchte doch einfach nur eine scheiß genau das wollte ich machen vor allem je mehr du davon tötest umso mehr kommen davon wieder an ich glaube das ist die falsche Höhe 10erz brauche ich nicht ich brauche Eisenerz ja was willst du mit so viel Eisen sammel lieber Dash das brauchst du für Tier 3 ja gut apropos wo ist denn ja aber ich finde aber nichts ah doch hier ach ja gut hier unten ist Badrock hier lohnt es sich nicht weiterzumachen was Keine Ahnung, wo ich jetzt gerade bin, aber hier gibt es Erze. Mein Vater verprügelt gerade meinen Hund. Was? Nein. Das wäre ein bisschen seltsam. Wir nehmen das Maßregeln. Hä? Ist egal. Also ist er zu den Hunden liebevoller als zu dir? Ja. Okay, die Hunde kriegen die Faust, du den Gürtel. Ich krieg noch nicht mal den Gürtel. Alter, gleich mit Stacheldraht. Das nennt ich mal Erziehung. Darauf kann man stolz sein. Ja. Ist das eigentlich eine perfekte Strafe, wenn ein Kind ungezogen ist, dass man das einfach mal auf Stacheldraht setzt? Kommt drauf an. Auf was? Was das Kind gemacht hat. Hatzne1- geschrieben? Hatzne1 geschrieben? Gürtel. Hatzne1 plus geschrieben? Hatzne1 plus geschrieben? Einfach so. Na dann gibt es die blanke Faust Ja das meine ich ja Einfach so Alles klar So Wie viel Hate-Kommentar kriegst du unter dem Video? Gar keine Gut, denn ich folge es erst mal jetzt zu Ende